Licht ist Energie. Ohne Energie ist unsere Zivilisation nicht vorstellbar. Und wir brauchen immer mehr davon. Die Menschheit wächst, doch die Ressourcen sind begrenzt. Der steigende Energieverbrauch belastet die Umwelt. Erdöl und Kohlevorräte gehen zur Neige. Energie wird immer teurer. Durch den CO2-Ausstoß sind die Folgen der globalen Erderwärmung bereits heute deutlich zu spüren. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob es uns gelingt, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die alternative Energieerzeugung. Noch wichtiger ist aber die Einsparung von Energie und die Schonung von Ressourcen. Weltweit werden etwa 20% unserer Energie von künstlicher Beleuchtung verschlungen. Am Arbeitsplatz und in vielen Haushalten brennen ständig Lichter. Deshalb ist jeder Einzelne gefragt, mit Energie verantwortungsvoll umzugehen. Die Lösung? LED- und Energiesparlampen. Denn sie verbrauchen bis zu 90% weniger Strom als die herkömmliche Glühlampe. Doch mit der neuen Technik sind auch neue Herausforderungen verbunden. Es gilt, die in LED- und Energiesparlampen verbauten wertvollen Rohstoffe zurückzugewinnen. Recycling ist das Stichwort. Werden LED- und Energiesparlampen richtig entsorgt, können über 90% der Materialien wiederverwertet werden. Dank Lightcycle können Verbraucher seit 2006 ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen ganz einfach an einer der vielen Lightcycle-Sammelstellen im Handel oder im kommunalen Bereich abgeben. Im Bereich des Technologiewandels ist in der Lichtindustrie der Energiesparen sehr einfach geworden. Und wir arbeiten täglich daran, im Bereich der Sammlung und der Logistik für den Endverbraucher das Thema immer einfacher zu gestalten. Denn die Rückgewinnung von Rohstoffen wird immer wichtiger. Wir müssen versuchen, jeden Endverbraucher zu erreichen, um ihn zu motivieren und das Bewusstsein zu verbessern, dass er seine Energiesparlampen oder seine LED zurückbringt. Helfen auch Sie mit, Strom und Rohstoffe zu sparen, indem Sie Ihre LED- und Energiesparlampen recyceln. Bringen Sie Ihre Lampen zu einer Lightcycle-Sammelstelle in Ihrer Nähe.